Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zuerst müssen wir das hier überstehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay Okay Nein! Wir haben noch nur den Zion. Na, weiter so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lass! 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 Ich werde dich übernehmen! Komm her! Arme! Komm doch in die Tio! Komm doch in die Norde! Komm her! Fast geschafft! Los, weiter! Hey! Durch das Fenster! Auf geht's! Ich hab dich! Geht näher bleiben! Wohin gehen wir? Hier lang! Los! 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 Hey! Ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby. Alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür! Tommy, wir bleiben nicht hier! Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit! Meine Freunde. Meine Freunde sind in deinem Haus. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf! Okay. Du weitest mit mir. Komm! 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 Halt! 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 auf mein Messer. Okay. Die Verletzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hörte Kuh. Hey. Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Ich glaube, jemand. Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Was ist los? Was ist los? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich hab sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen. Niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Wir übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich geh nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Ich bin. Fahrt die Munition! Okay, gehen wir rein! Du hast uns Angst gemacht, Michael. Wie geht's euch so? Ganz gut! Danke! Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht mittig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten in einem Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt ihr gehört, ihr habt Sprung hier? Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektor. Und wer sind diese Leute? Wie lang seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Ja. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja. Ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy. Das ist mein Bruder. Joel. Scheint ihr hättet schon von uns gehört? Das haben sie auch. Nein! Halt den anderen fest! Nora? Alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. For me! Lass mich! Ja! Ah! 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 Joel... ...Miller... Wer bist du? Rat aber mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Händ jetzt ein Wein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Oh, verdammt! Weg da! Du dummer, alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. Joe! Tommy! Oh, shit. Hier komm ich da runter. Okay, schon mal. Komm schon. Jetzt ist er okay. Joe! Tommy! Alles okay. Alles okay. Alles okay. Oh, da ist das. Joe? Tommy? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Joe? Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Nagel Sie fest! Finger weg! Fesseln Sie! Lasst mich los, verdammt! Mist, Jack! Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn frei! Hat sich reingeschlichen! Warum schiebt niemand draußen Wache? Wir dachten nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn! Jetzt! Joe! Steh auf! Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe! Bitte steh auf! Nein! Nein! Ich bring euch um! Nein! 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 Ich bring euch um! Oh, 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 oh. Oh, oh! Oh mein Gott! Ellie? Ellie? Tut mir leid. Jessie? Sie sind hier unten! Nein! Nein! ... ... ... Hi. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie können uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davon kommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist… Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark… Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. 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 Das war's für heute. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von Atmen mitzunehmen. Okay?